Am 20. Oktober 2007 überfiel der 26-jährige Brad Ryan seine erste Bank. Jahre später lernte er Kristen Baxter kennen. Sie wusste alles über seine bizarre und unerklärliche Vergangenheit und war trotzdem bereit, ihn zu heiraten. Es gab aber noch ein anderes Geheimnis, das er ihr nicht verraten konnte. Unter keinen Umständen. Und dafür tat er wirklich alles. Dies ist die Geschichte eines College-Studenten, der alle Möglichkeiten hatte, im Leben Erfolg zu haben, aber nur daran interessiert war, Abkürzungen zu nehmen, um das zu bekommen, was er wollte. Er war nicht bereit, ein Leben in Mittelmäßigkeit zu akzeptieren. Er war bereit, alles zu tun, um sich Luxusurlaube, teure Autos und Designerklamotten leisten zu können. Aber wie lange kann ein Mensch mit einer Lüge durchhalten? Ryan war besessen, sich die Persönlichkeit eines jungen, erfolgreich Berufstätigen zu erschaffen, dass er irgendwann nicht mehr in der Lage war, die Realität von seiner Lüge zu unterscheiden. Und das sollte seiner eigenen Familie das Leben kosten. Und damit begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ohne hier groß rum zu quatschen, starten wir jetzt auch mal direkt rein in den Fall von Brad Ryan aus Kanada. Brad war der dritte von vier Brüdern. Er wurde im Jahr 1981 geboren. Er lebte in seiner Kindheit mit seinen Eltern Sue und Bill und seinen drei Brüdern in Toronto. Es fehlte ihnen an nichts. Alle vier Kinder hatten eine sehr gute Kindheit. Ihr Vater Bill arbeitete bei einer großen städtischen Zeitung. Er war ruhig und gesundheitsbewusst. Nebenbei gab er im Gemeindezentrum der Stadt Fitnesskurse. Brads Mutter Sue war Hausfrau und sie liebte die Gartenarbeit. Außerdem war sie ein großer Baseball-Fan. Sie galt unter den Nachbarn und Freunden als tough und quirlig. Ein bisschen verrückt im positiven Sinne. Als zum Beispiel ihre Lieblingsmannschaft im Jahr 1993 den Titel holte, lief sie die Straße mit Töpfen und Bratpfannen, die sie aneinander schlug, rauf und runter, weil sie sich so sehr freute. Sein ältester Bruder Chris arbeitete bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben der Stadt. Er war bei fremden Leuten eher schüchtern, aber bei Freunden zeigte er auch mal gerne seine lustige Seite. Leiland war der Künstler der Familie. Er spielte Gitarre und Schlagzeug und studierte später Fotografie. AJ war sechs Jahre jünger als Brad. Er war ein sehr guter Schüler, so dass Sue und Bill ihn später auf eine Schule für begabte Schüler schickten. Und Brad selber galt als der kontaktfreudige Sportler. Er galt als der Extrovertierte der Familie. Als Brad im Jahr 2007 26 Jahre alt war, er lebte noch bei seiner Familie in dem großen Einfamilienhaus, hatte er Schulden in Höhe von 60.000 US-Dollar aufgebaut. Brad, der eigentlich immer lächelte und höflich war, arbeitete ehrenamtlich bei Sick Kids, einem Kinderkrankenhaus. Er sah gut aus und war großzügig. Er hatte nie Probleme damit, neue Leute und Freunde kennenzulernen. Nach der Highschool hatte er sich an der Universität eingeschrieben. Er merkte dann aber recht schnell, dass es nichts für ihn war und er brach das Studium wieder ab. Während seine besten Freunde alle Karriere machten, gute Berufe erlernten und sich ein schönes Leben aufbauten, arbeitete Brad als Maler und Anstreicher. Er fuhr in seinem alten Auto von Job zu Job. Er lächelte zwar immer und war freundlich, aber er begann langsam zu zweifeln. An seinem Job und eigentlich an seinem ganzen Leben, denn das war nicht das, was er so wollte. Und dann hackte er einen Plan aus und setzte ihn wenig später in die Tat um. Am 20. Oktober 2007 überfiel Brad die erste Bank. Er verband sich sein Gesicht mit einem Krankenhausverband, hängte seinen linken Arm in eine Schlinge und ging mit einem Stapel Papiere im Arm zum Schalter der Bank. Er überreichte dem Kassierer einen Zettel, wo drauf stand, dass er eine Waffe unter der Schlinge trug und 2.000 Dollar oder mehr verlangte. Der Kassierer war sichtlich erschrocken und kam der Forderung nach. Brad erhielt jedoch nur 1.115 Dollar. Aber er kam davon, ohne erwischt zu werden. In den nächsten acht Monaten raubte Brad zwölf weitere Banken aus. Er erbeutete dabei insgesamt 28.000 Dollar. Man kann sagen, er ist süchtig danach geworden, weil es war eine einfache Art, an Geld zu kommen. Und die Polizei hatte einfach keine Spur. Tagelang saßen Beamten sogar vor den Banken, in der Hoffnung, ihn endlich zu erwischen. Brad beschloss dann, seine Verkleidung zu wechseln. Und dafür bestellte er einen ziemlich echt aussehenden Bart bei einem Kostümgeschäft. Außerdem trug er dann bei seinen nächsten Überfällen noch eine Brille, ein Hut, ein kariertes Hemd und eine dunkle Jacke. Diese Verkleidung brachte ihn dann in den Medien den Spitznamen der bärtige Bandit ein. Doch dann konnte er von den Ermittlern gepackt werden. Sie hatten zuvor sein Auto entdeckt. Und zwei Wochen vorher hatten sie sowieso schon angefangen, ihn so ein bisschen zu beobachten. Sie hatten ihn also auf dem Radar. Brad betrat eine Bank, doch die Polizisten warteten schon auf ihn. Er bekannte sich schuldig und verbrachte die nächsten sieben Monate bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft. Der Richter empfand die Verbrechen völlig untypisch in Bezug auf Brads Hintergrund und Leben. Er sagte, Brad ist eine Person mit Integrität, der sich für die Gemeinschaft engagiert und ein produktives Mitglied der Gesellschaft sei. Brad war kein Jugendlicher mehr, aber nach der Meinung des Richters war er im Kopf noch jugendlich. Brad wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er bekam dann aber vorzeitige Bewährung und war Ende 2010 schon wieder zu Hause bei seinen Eltern, nachdem er gerade mal zweieinhalb Jahre im Knast war. Und er war bereit für einen Neuanfang. Brad konnte sich seinen Schulden nicht mehr entziehen und meldete schließlich Insolvenz an. Und er konnte auch nicht seine Vergangenheit vor zukünftigen Arbeitgebern geheim halten, denn die googelten nach ihm. Außerdem war er sowieso schon durch die Medien sehr bekannt geworden. Er versuchte, sein Malergeschäft wieder aufzunehmen, doch die Leute ließen ihn einfach nicht in ihre Häuser rein, wenn sie von seiner Vergangenheit erfuhren. Seine Familie war von Brad's Taten geschockt und sie schämten sich auch. Sue störte es sehr, dass die Nachbarn über ihre Familie tratschten. Sie fühlte sich einfach nicht mehr wohl in ihrem Haus. Und so beschlossen Sue und Bill umzuziehen. Ihr neues Zuhause war die Lone Day Road in Scarborough. Sie richteten ihr neues Zuhause sehr schön her. Sue arbeitete trotz ihrer Arthritis, die sie hatte, im Garten. Sie liebte ja das Gärtnern. Sie hielten Brad's Vergangenheit vor den neuen Nachbarn geheim. Eigentlich herrschte wieder die vertraute Ruhe im Haus der Rhyans. Brad arbeitete erst einmal in schlecht bezahlten Jobs im Einzelhandel. Doch dann entschied er, sich wieder an der Universität einzuschreiben, mit der Unterstützung und finanzieller Hilfe seiner Eltern. Er wollte einen Abschluss in Biophysik machen. Er besuchte außerdem einen Psychologen und hatte sich vorgenommen, offener mit seiner Familie, speziell mit seinen Eltern umzugehen. Im September 2011 lernte er dann die blonde Physiotherapeutin Kristen Baxter kennen. Schnell stellte er fest, dass Kristen das Leben lebte, was er sich eigentlich immer gewünscht hatte. Sie hatte eine Eigentumswohnung am Wasser, einen guten Job, sie reiste gerne und viel und machte lange Spaziergänge mit ihrem Hund. Vom Aussehen her passten die beiden einfach perfekt zusammen. Und Kristen wusste auch von Brad's krimineller Vergangenheit. Aber das hielt sie nicht davon ab, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Und so wurden die beiden schließlich ein Paar. Im Jahr 2013 zog Brad zu ihr in ihre kleine, aber schöne Eigentumswohnung mit Blick auf den See. Brad liebte es, auf dem Dach zu grillen, die Flugzeuge am Flughafen zu beobachten, die man von dort gut sehen konnte, im Innen- und Außenpool des gläsernen Hauses zu schwimmen und mit Kristen um die Welt zu reisen. Sie reisten sehr viel zusammen und besuchten viele exotische und tropische Orte. Ein Jahr, nachdem Brad bei Kristen eingezogen war, starb plötzlich sein Vater. Und Brad kümmerte sich ab da an wieder mehr um seine Mutter. Er übernahm praktisch die Aufgaben, die sonst sein Vater gemacht hat. Irgendwelche Verwaltungskram, Papierkram und auch alles, was so an Renovierungsarbeiten im Haus anfiel. Seine Mutter ließ ihn das nicht umsonst machen, und sie bezahlte ihn dafür. Und Brad brauchte wirklich dringend das Geld, denn er hatte Kristen einen Heiratsantrag gemacht und ihr sogar einen ziemlich teuren Diamantring gekauft. Durch den Kauf dieses Diamantrings geriet Brad wieder in eine ziemliche finanzielle Schieflage. Und ab da an begann er wieder, sich ein Netz aus Lügen aufzubauen. Im Jahr 2015 gab Brad sein Studium an der Universität von Toronto auf. Davon erzählte er aber niemanden. Er ließ Kristen und auch seine Mutter und seine Brüder in dem Glauben, er würde ganz normal weiter studieren. Im Frühjahr 2016 sah es gut aus für Brad. Er bekam eine Einstellung bei einem Technologieunternehmen in Toronto. Endlich würde er aus diesem Niedriglohnsektor herauskommen und echtes Geld verdienen. Er freute sich so sehr, dass er seine Einstellung dort mit Kristen und seiner Familie feierte. Doch nachdem er dann nur ein paar Tage in diesem Unternehmen gearbeitet hatte, erfuhr seinen Chef von seiner Vergangenheit als bärtiger Bandit. Und Brad wurde wieder gekündigt. Er wollte sich vor seiner Familie nicht die Blöße geben und zugeben, dass er wieder gekündigt wurde. Und so ließ er seine Familie und Kristen in dem Glauben, er würde weiterhin dort arbeiten. Und diese Lüge musste er jeden einzelnen Tag aufrechterhalten. Während dieser Zeit planten Brad und Kristen ihre Hochzeit. Die Hochzeit war eigentlich für den 16. September 2016 geplant und das sollte eine große Feier werden. Sie hatten sich das Ganze schon mal so ein bisschen durchgerechnet und etwa ein Budget von 100 Dollar pro Gast eingerechnet. Außerdem hatten sie geplant, nach der Hochzeit aus Christens kleiner Wohnung auszuziehen. Sie wollten sich vergrößern. Und dafür hatten sie auch schon einen Immobilienmakler engagiert und begonnen, sich Häuser anzugucken. Brads Mutter Sue war nun super stolz auf ihren Sohn und das erzählte sie auch gerne und viel den Nachbarn. Sie erzählte ihnen von Brads Uniabschluss, von seiner tollen Wohnung mit Kristen, von der bevorstehenden Hochzeit und vor allem auch von seinem gut bezahlten Job bei dem Technologieunternehmen. In Wirklichkeit war Brad aber mehr und mehr auf die finanzielle Hilfe seiner Mutter Sue angewiesen. Er drängte sie praktisch danach, dass er noch mehr Arbeiten im Haus übernehmen kann, in der Hoffnung, dass sie ihn gut dafür bezahle. Sue dachte sich nichts weiter dabei, denn sie war einfach nur unheimlich stolz auf ihren Sohn, was er alles erreicht hatte in letzter Zeit. Doch Brads finanzielle Situation verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Und weniger als einen Monat vor der Hochzeit erzählte er seiner Mutter endlich, was wirklich los war. Ein Jahr lang hat er seine Lüge aufrechterhalten, aber zu dem Zeitpunkt konnte er dann einfach nicht mehr. Er wusste ja, dass er dringend einen Job finden musste, aber bis dahin brauchte er die Unterstützung seiner Mutter. Sue war natürlich total geschockt, mit so etwas hatte sie nicht gerechnet, als Brad ihr endlich die Wahrheit sagte. Er dachte, sie würde ihm finanziell unter die Arme greifen, aber das tat sie diesmal nicht. Stattdessen stellte sie ihm ein Ultimatum. Sie verlangte von ihrem Sohn, dass er Kristen alles erzähle, ansonsten würde sie es tun. Sie würde ihm kein Geld mehr geben, bis die Sache geklärt sei. Für Brad war das, was da jetzt eingetreten ist, der schlimmste Albtraum. Er konnte Kristen nicht die Wahrheit sagen, schließlich könnte sie ihn dann verlassen, und dann war Brad wieder gezwungen, bei seiner Mutter und seinen Brüdern in dem kleinen Haus einzuziehen. Er würde nicht zulassen, dass seine Mutter ihm nun alles ruiniert. Er war seinem Traumleben viel zu nah. Er würde seine Mutter töten. Brad brauchte eine Waffe, aber da gab es ein kleines Problem, denn aufgrund seiner Verurteilung wegen den Banküberfällen durfte er legal keine Waffe kaufen. Und so beschloss er bei Amazon, eine Armbrust zu bestellen, denn dafür war keine Lizenz erforderlich. Jeder, der über 18 war, konnte sich einfach so eine Armbrust bestellen. In den Tagen nach dem Ultimatum seiner Mutter ging er aber weiterhin zu ihr, um ihr bei den Renovierungsarbeiten zu helfen. Währenddessen versteckte er die Armbrust in der Garage in einem Regal hinter Werkzeugkisten. Am 25. August 2016 machten sich Kristen und Brad dann fertig für ihre Arbeit. Sie für ihre Arbeit in der Physiotherapiepraxis und er für seinen imaginären Job. Gegen 7.30 Uhr verließ Kristen dann als Erste die Wohnung. Und er machte sich daran, sich ein Alibi zu beschaffen. Und dafür hatte er sich schon einen Plan ausgedacht. Er präparierte seinen Laptop mit Hilfe einer Zeitschaltuhr und eines Löffels. Wenn dieser Timer der Zeitschaltuhr aktiviert wird, dann klickt der Löffel auf den Cursor des Laptops und YouTube wird geöffnet. Dass es halt praktisch so aussieht, als würde er sich YouTube-Videos angucken. Und genau das Gleiche machte er dann irgendwie nochmal mit Hilfe eines Ventilators, habe ich gelesen, mit seinem Smartphone. Also da sollte es dann halt so aussehen, als wenn er Textnachrichten verschickt. Diese Textnachrichten hatte er wohl schon vorbereitet und abgespeichert, aber die würden dann abgeschickt werden. Sollte er doch irgendwie in Verdacht geraten bei der Polizei, würde das natürlich beweisen, dass er zu Hause war, sich YouTube-Videos angeguckt hat beziehungsweise Textnachrichten verschickt hat. In seinen Augen war das das perfekte Alibi für das digitale Zeitalter. Brad packte dann eine Tasche zusammen. Er nahm noch Ersatzkleidung mit, eine Perücke, einen Fischerhut und diese Pfeile für die Armbrust. Und dann machte er sich auf den Weg. Dieses Gebäude, wo die beiden lebten, wo sie ihre Wohnung hatten, hatte Überwachungskameras. Diese hatte er vorher natürlich auch schon ausspioniert, in welche Richtung die Kameras zeigen. Und ja, er kam zu dem Ergebnis, er muss hinten rumgehen, um ungesehen aus dem Gebäude zu kommen. Und das machte er dann auch. Er wurde dabei nicht gefilmt. Er ging zum Bahnhof und nahm einen Zug. Er musste dann noch etwa zehn Minuten zum Haus seiner Mutter laufen. Gegen zehn Uhr morgens kam er dann am Haus in der Lone Day Road an. Seine Mutter hatte überhaupt nicht mit ihm gerechnet und war ein bisschen erstaunt, dass Brad auf einmal in der Küche stand. Brad versuchte nochmal, mit ihr zu reden. Er hatte gehofft, dass sie seine Situation verstehen würde. Aber seine Mutter blieb standhaft. Sie würde Kristen alles erzählen, wenn er es nicht täte. Die beiden gerieten in eine Diskussion und bald darauf in einen Streit. Sue rief ihren ältesten Sohn Chris an und bat ihn zu kommen, um mir bei der Situation mit seinem Bruder zu helfen. Brad verließ unterdessen das Haus durch die Hintertür und ging direkt in die Garage. Sue lief hinter ihm her. Er hatte keine Zeit, die Armbrust zu spannen, stattdessen nahm er einfach einen Pfeil mit drei scharfen, gezackten Klingen und stach seiner Mutter damit in die Wange und ins Ohr. Sie fiel zu Boden und Brad nahm ein Stück Nylonseil und erwürgte sie. Seine Mutter lag tot auf dem Boden der Garage. Brad wusste, dass sein Bruder Chris gleich da sein würde. Er musste vorbereitet sein und so nahm er die Armbrust und spannte sie. Als Chris in die Garage kam, trat Brad leise aus seinem Versteck hervor und feuerte aus nächster Nähe auf seinen Bruder. Der Pfeil ging direkt durch Chris' Hals und blieb ihm im Mund stecken. Sein Bruder war auf der Stelle tot. Blut verteilte sich auf dem Boden der Garage. Brad nahm den leblosen Körper seines Bruders und legte ihn auf seine Mutter. Er legte beide in eine Ecke und deckte sie mit einer Plastikplane ab. Womit Brad gar nicht gerechnet hatte, war, dass sein jüngster Bruder AJ nach Hause kommen könnte. Als er gerade aus der Garage ging, sah er AJ auf dem Weg zur Hintertür des Hauses. Brad hatte einen weiteren Pfeil für die Armbrust in der Hand. Die beiden kämpften und Brad stach auch AJ mit dem Pfeil in den Hals. Er brach in der Einfahrt zusammen. Brads dritter Bruder war zu Hause. Er hatte in seinem Zimmer geschlafen. Leyland hörte den Streit und ging nach draußen, um nachzuschauen, was los war. Als er sah, dass AJ blutend auf dem Boden lag, rannte er zum Telefon, um den Notruf zu wählen. Brad folgte ihm. Es kam zum Kampf, wobei sie im ganzen Haus die Möbel umwarfen und zerbrachen. Brad hatte viel Blut von den anderen an sich und er hinterließ im ganzen Haus vor allem an den Wänden Blutspuren. Währenddessen kam AJ in der Einfahrt wieder zu Bewusstsein. Er lebte noch und kroch auf allen Vieren die Einfahrt herunter zur Straße. Leyland rannte nach draußen, gefolgt von Brad. Leyland schaffte es bis zum Nachbarhaus. Er hämmerte an die Tür und schrie, rufen Sie 911 an, holen Sie die Polizei. Er fiel dem Nachbarn in die Arme und wurde sofort ohnmächtig. Brad gab sich besiegt. Er holte sich Wasser aus dem Kühlschrank, ging zur Vordertreppe des Hauses, setzte sich und wartete seelenruhig auf die Polizei. Als die ersten Beamte eintrafen, war AJ noch am Leben, aber er schaffte es nicht. Kurz bevor die Rettungssanitäter eintrafen, starb er. Ich hätte ihn ins Krankenhaus fahren sollen, sagte Brad der Polizei. Die Leute in der Garage sind tot. Ich war es. Brad wurde natürlich umgehend festgenommen und die Polizei begann mit ihrer Arbeit. Das Haus wurde abgesperrt und von oben bis unten untersucht. Kurz nach Bradts Festnahme drangen auch Beamte in Christens Wohnung ein und fanden dort die selbstgebauten Alibi-Geräte. Spezialisten kamen und bauten die Sachen auseinander, denn die Polizisten vermuteten zuerst eine biologische oder explosive Waffe dahinter. Sie stellten fest, dass diese Geräte ordnungsgemäß funktionierten und auch funktioniert hätten, wären sie nicht auseinandergebaut worden. Brad machte darüber aber eine ganz andere Aussage bei der Polizei. Er sagte, dass er, nachdem er die Geräte zusammengebaut hatte, nochmal darüber nachgedacht habe und sie nicht aktiviert habe, bevor er Christens Wohnung verlassen habe. Brad engagierte den besten Strafverteidiger Torontos. Dieser hat eine lange Erfolgsgeschichte mit Mandanten, die er vertreten hatte. Brad verzichtete auf die sonst übliche Vorverhandlung und bekannte sich schuldig. Es war ein relativ kurzer Gerichtsprozess. Er wurde wegen Mordes zweiten Grades an seiner Mutter verurteilt. Zweiten Grades deshalb, weil er behauptete, er habe die Armbrust nur geholt, um sie zu bedrohen, nicht um sie wirklich damit umzubringen. Er bekannte sich des Mordes ersten Grades an Chris schuldig, da er sich versteckt hatte und auf ihn gewartet hatte. Dann wurde er noch wegen Mord zweiten Grades an AJ verurteilt, weil er unerwartet aufgetaucht war. Bei der Urteilsverkündung wandte sich Brad an den Richter. Seine Stimme zitterte und er weinte. Zitat Ich kann nur ansatzweise sagen, wie leid es mir tut, was ich getan habe. Ich bin krank vor Trauer. Der Richter legte die Gründe für seine Verurteilung dar, drückte aber auch seine Bewunderung für Brads Vortrag vor Gericht aus. Er lobte seine Aufrichtigkeit, seine Redeweise und die Bereitschaft für seine Taten Verantwortung zu übernehmen. Der Richter kam zu dem Schluss, dass Brad nicht nur Täter, sondern auch Opfer dieser schrecklichen Tragödie war. Er sei in einem Netz von Lügen gefangen gewesen, schlussfolgerte der Richter. Brad Ryan erhielt für jeden der Morde eine gleichzeitige lebenslange Haftstrafe plus zehn Jahre für den versuchten Mord an seinem Bruder Leyland. Im Jahr 2041 kann er auf Bewährung entlassen werden. Er wird dann 60 Jahre alt sein. Leyland Ryan hat dieses ganze Verbrechen überhaupt nicht gut verarbeitet. Er leidet bis jetzt an Angstzuständen. Es fällt ihm schwer, das Haus zu verlassen und er kann nur mit Medikamenten einschlafen und sich so gut wie gar nicht mehr konzentrieren. Er hat ständig das Bild von AJ vor Augen, wie er in der Einfahrt seine letzten Atemzüge machte und verblutete. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Leute, wie immer, ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne hier unten in die Kommentare rein. Also ich muss ja sagen, ich kann nicht so ganz verstehen, dass der Richter noch so mit Brad sympathisiert hat, anscheinend nur, weil er sich irgendwie gut ausdrücken konnte oder ja, das ist mir irgendwie ein Rätsel. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao. Bis dahin, 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 bis dahin,